Herzlich Willkommen zu einem neuen Video. Sorry, dass so lange nichts mehr kam. Und der Christoph ist mit dabei. Moin Moin, was geht's? Wir werden heute 6 Big Boxen öffnen. Hoffen wir mal, dass wir wieder was Gutes ziehen. Ja, ja, ja. Let's go. Erste Big Box. Gönn. 43 Münzen. Es könnte was sein. 1... Ach, schade. Aber das Geld ist gut. Das Geld ist gut. Naja, das ist auch noch gut auf Maps mit viel Busch. Ja, schade. Leider in der zweiten auch nichts drin. Gönn, dritte Box. Ach, schade. 87 Münzen, da kann nichts drin sein. Obwohl, bei mir war es ja auch mal so. Hm, schade. Schade Schokolade. Und vorletzte Box. Gönn. Ach, schade. Und letzte Box. Gönn. Komm, da bitte, 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 bitte. Ach, schade. Nichts gezogen. Da werden wir jetzt nochmal aber das Schrozer-Gadget ausprobieren. Ja, let's go. Aufentspannt. Nehmen wir aus. Test-Spiel. Wir nehmen hier die Fight-Map, weil da relativ viel Busch ist. Relativ. Also nicht Fight. Ich glaube, Battle war es. Battle, Battle. Battle. Ganz viel Busch. Nur Busch. Ein bisschen Busch. Ja, ein bisschen Busch, ne. So, und dann gucken wir mal, was das Gadget so kann. Okay, also es sind direkt alle weg, außer okay, es ist direkt Showdown. Der Leon dahinten. Es ist halt noch nicht mal Sturm gekommen. Es ist halt noch nicht mal eine Welle Sturm gekommen und es ist direkt schon vorbei. Let's go, Dickens. Das Gadget auch. Ich hoffe, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und noch einen schönen Tag. Ciao. Ciao.